Ja. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der REN News. Ups. Fängt ja schon mal gut an. Ähm. Ja. Wie war denn so meine... Also. Erstmal YouTube-technisch. Wir gingen letzte Woche so auf YouTube ab. Also. Ich habe nun 114 Abonnenten. Abonnenten wachsen gerade. Finde ich super. Und. Ja. Es läuft. Ja. Soweit YouTube-technisch. Ähm. Ja. Was kriegen so privat ab? Wegen Corona fiel ja für zwei Wochen bei mir die Schule aus. Sprich, das war gerade die erste Woche, die ich wegen Corona frei hatte. Wir haben noch eine Woche wegen Corona frei und dann kommen die Osterferien. Natürlich fahre ich jetzt aus. Ja. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Die Lehrer haben auf unserer Homepage der Schule, ähm, halt Aufgaben eingeschickt, die wir halt bearbeiten sollen. Und das ist schon einiges. Oder zumindest bearbeiten können. Ja. 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 Viele Aufgaben. Ja. Sonst müssen wir den Stoff alles in der Schule machen. Nach den Ferien. hätten wir denn keine Zeit mehr um den Stoff alles nachzuholen. Deswegen muss man auch einiges auch in den Ferien machen. Ich kann schon verstehen, dass es ein bisschen viel ist. Sonst hatte ich noch am 17. März also diese Woche ein Vorstellungsgespräch und ja, mal sehen was draus hört. Am 30. März kriege ich halt Beschädigung wie es war. Per Post. Und in den Osterferien hätte ich eigentlich ein Praktikum bei einer Firma gehabt. Aber das musste leider verschoben werden wegen Corona. Ja, Corona, Corona, Corona. Selbst die Fahrschule hat am Montag zu. Wegen Corona. Ja, nerviges Thema. Sehr nerviges Thema. Ich persönlich halte mich an die Regeln. Sprich mit 1,5 Meter Abstand und soziale Kontakte vermeiden. Daran halte ich mich. Sollten wir auch machen damit, dass so schnell wie möglich wieder normal wird. Sonst hatte ich auch sehr viel Freizeit. bis jetzt und mache einiges für YouTube gerade. Ja, was denn noch? Ausdruck auf die nächste Woche wäre höchstens dass ich sehr viel lernen werde für die Schule also sehr viel machen werde und YouTube machen sonst stellt euch weiterhin nix an. habe genügend zu tun also was war es eigentlich mit den Runden Muse mehr gibt es nichts zu sagen der aktuelle Stand der Dinge ja in diesem Sinne haben wir eine schöne Woche und dann bis zu den nächsten Runden News schau noch tschau guys Bis zum nächsten Mal.